Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei der Pokémon Gelben Edition. Wir befinden uns, wie man unschwer erkennen kann, hier in Fuchsania City. Ich glaube, ich gewöhne mir das ab und zu mal an, auch in weiteren Pokémon Editionen immer mal wieder die Karte zu Rate zu ziehen, wenn ich zeigen will, was wir so in der letzten Folge getan haben. Jedenfalls sind wir in Fuchsania City angekommen und uns fehlt hier eigentlich nur noch der Arena-Orden, bevor es uns gen Nordwesten zieht, über den Radweg. Und genau deswegen schnappen wir uns den heute doch einfach mal. Hey, ein Champion-Spiel. Na nun, sieh dich mal um. Alle Trainer sehen aus wie die Arena-Leiterin Janina. Welche davon ist die echte Janina? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine... Ja, sie ist es nicht. Ja, ich wusste, dass du es nicht bist, aber ich möchte dir trotzdem alle Trainer herausfordern. Einfach, weil Erfahrungspunkte. Nö, Kollege Bisasam. Ach Gott, die sind ja auch nur so schwach. Ich habe gehofft, die sind ja wenigstens ein bisschen besser. Na gut, dann machen wir das Kleinvieh mal mit Kopfnuss weg. Das sollte hoffentlich klappen. Und wenn dann irgendwas Gefährlicheres kommt, greifen wir dann auf Psychokinese zurück. Wie zum Beispiel Visaflor. Ist wahrscheinlich nicht allzu gefährlich im Level 34. Das hätte es sich noch nicht mehr entwickeln dürfen, oder? Oder 32. Ich komme ehrlich gesagt mit den Entwicklungen der Anfangspokémon ein bisschen durcheinander. Aber war es in der ersten Generation nicht noch alle 36? Ich habe wirklich keine Ahnung. Sorry, wenn ich hier jetzt Mist erzähle. Ähm, ich setze einfach nochmal Psychokinese ein, besiege das Bisa Knosp auch noch und alle sind glücklich. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, weg damit. Und fertig. Und Trainer Nummer 1 ist besiegt. Die gute Mächt hält. Oh, ich habe verloren. Du bist kein Schwächling. Ja, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Aber gut. So, ich finde, man sieht die Wände doch ganz gut. Ich bin Janina. Woher wusstest du, dass ich die echte bin? Auf in den Kampf. Ja, vielleicht bist du Janina, aber du bist auf jeden Fall nicht die echte Janina. Also, nicht die Arenaleiterin Janina. Und außerdem heißt du Cindy, also bist du ja wohl nicht die echte Janina. Ich glaube, die Frau ist ein bisschen verwirrt im Kopf. Na gut, Harald. Mach das Nidoqueen mal weg. Schick es auf die Matte. Und dann können wir uns auch einer weiteren Janina widmen, die vielleicht nicht unbedingt Cindy heißt. So, sehr schön gemacht. Mach's gut, Cindy. Mist, ich wollte gewinnen. Ja, glaube ich dir. Du? Hahaha, du kannst Gift darauf nehmen, dass ich Janina bin. Ähm, ich glaube, du bist nicht Janina, Kumpel. Ich glaube vielmehr, du bist Till. Aber gut, wenn du davon überzeugt bist, Janina zu sein, dann möchte ich dir natürlich deine Einbildung nicht nehmen. Setz einfach Psychokinese ein, schick dein Nidoking auf die Matten und dann lasse ich dich auch schon wieder alleine mit deiner Einbildungskraft. Gar kein Problem. So, vielen Dank für die Erfahrungspunkte. Mach's gut, Till. Meine Verkleidung hat funktioniert. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich meine, sie ist die echte. Nein, sie ist die echte. Verdammt. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich mache nur Witze. Jetzt geht's rund. Ich bin Janina, Arena-Leiterin von Foxania City. Verdammt. Ich hätte vorher speichern sollen. Die gute Janina möchte kämpfen und schickt als erstes ihr X-Bad in den Ring. Na gut. Dann wollen wir doch mal, ne? Ich glaube, das wird hier ein ähnlicher Kampf werden wie bei Major Bob, dass wir einfach alles One-Hitten werden. Das ist ein bisschen traurig, aber ich gehe leider stark davon aus. Vor allem ist sie vom Level her echt nicht so krass drauf, wie ich dachte. Weil man muss ja schon einiges an Weg in Kanto zurücklegen, um hierher zu kommen. Und dass sie dann so doch verhältnismäßig schwach ist, habe ich nicht erwartet. Aber gut. Ist in Ordnung. Man muss auch mal leicht gewinnen können, ne? Wenn ich mich so an den zweiten Arena-Leiter erinnere, an Kai, den wir nur besiegen konnten, weil er dann plötzlich von Zornklinge auf irgendwas anderes gewechselt hat. Flügelschlag, glaube ich. Also, das war ein harter Kampf. Gegen Sandra war es auch nicht einfach. Einfach, weil wir die ganze Zeit paralysiert waren. Aber hier in Kanto hatten wir bisher noch kein einziges Problem. So, O-Mod kommt als nächstes. Bei O-Mod habe ich tatsächlich immer gedacht, es würde mit vom Typ Psycho sein. Und ich weiß nicht, wieso. Ich habe das immer gedacht, O-Mod wäre mit Typ Psycho. Aber naja. Ist auch nicht so wichtig. Smog-Mog als letztes. Und dann ist die ganze Geschichte hier auch schon erledigt. Mach's gut, Smog-Mog. War schön mit dir gewesen. Solange es werte. Sehr gut. Erledigt. Du bist recht stark. Ein klarer Sieg für dich. Nimm jetzt den Seelenorden. Wir erhalten den Seelenorden. Ich freue mich. Orden Nummer 12 für uns. Du bist so stark. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Toxin. Ein sehr starkes Gift, das dem Opfer ständig KP entzieht. Hm. TM06. Sehr schön. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. Gut, gut. Dann viel Erfolg dabei. Ich weiß gerade gar nicht, ob ihr Vater stärker war. Ihr Vater ist ja Koga, also der Gift-Typ, mit dem wir so große, auch ziemlich große Probleme hatten in der Top 4. Allerdings nur, weil wir nie getroffen haben, wenn ihr euch noch erinnert. Das mit dem Doppelteam, mit dem X-Bud und dem Komprimator von dem Slymog, das war schon nicht so geil. Aber ich weiß gerade nicht, wer stärker war, tatsächlich. Aber ist ja auch egal. Wir sind fertig mit der Fuchsania City Arena und damit komplett mit Fuchsania City. Wir werden nur noch einmal wiederkommen, wenn wir den Wasserweg von der Zinnobeinsel ausnehmen. Und jetzt geht es nach Nordwesten Radweg. Ab hier geht's bergauf. Okay, ja, dann geht's bergauf. Ich freue mich schon, dass es mit uns jetzt endlich mal bergauf geht. Wir sind hier die furchtlosen Helden des Radwegs. Ja, seid ihr das? Das freut mich, aber hier ist doch irgendein Typ, der fünf Pokémon hat, ne? Fridolin, was ein Name für einen Biker. Meine Güte. So, ich bin gespannt. Wir sind 21 Level drüber. Es könnte also reichen. Kopfnuss. Gerade so nicht. Wow. Also ehrlich, wow. Na gut, dann benutze ich halt meine Psychogenese, ne? Also mir ist das egal, aber... Ich hab halt gehofft, AP sparen zu können. Naja, es soll nicht sein. Smoggen hat halt eine höhere Verteidigung. Und dann haben wir keine Step-Attacken mehr und dann ist das alles doof. So, Glutexo. Du kriegst mal einen Spukball ab. Da können wir wenigstens auf unseren Spezialangriff zurückgreifen. Und dann sollte das reichen. Genau. Ich weiß gar nicht, wie sich Geist-Attacken auf Gift-Pokémon verhalten. Smogmog. Okay. Da werde ich es nicht rausfinden. Hier greife ich direkt auf Psychogenese zurück. Und guck mal, so viel schwächer ist dieses Smogmog gar nicht im Gegensatz zu Janinas. Das ist... Ja. Ja, die Gift-Arena war nicht so die größte Hürde. Ah, Bumm und Krach. Warum sagt man sowas? Bumm und Krach. Na gut. Reisen wir doch einfach einmal nach oben. Und nehmen ein paar Trainer mit, die wir hier so finden. Wie zum Beispiel dich. Hey, wie wär's mit einem Schnellkampf? Joa, von mir aus nichts dagegen. Hm? Hector. Oh nein. Das erinnert mich wieder an den Hund von unserer ehemaligen Nachbarin. Wo man sich wieder wie in Troja fühlte, wenn der Hund nicht gehört hat. Ganz grausam. Aber gut. Das Smoggon kommt weg. Mit Volltreffer sogar. So, jetzt sollten wir auch Smogons im Level 30 platt machen können. Morgengrauen. Okay. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. noch was Passives zu haben, mit dem man sich heilen kann. Weiß nicht. Biss würde ich eh nicht mehr benutzen. Weil wir für unsere... Weil wir für Geist-Pokémon jetzt Geist-Attacken haben, die wir einsetzen können. Die effektiver sind als Biss. Also von daher... Warum Attacke behalten, die man sowieso nicht einsetzen würde. Bringt halt nix. So, und noch ein Smogmog an letzter Stelle. Komm, ich probiere es jetzt trotzdem bei diesem Smogmog aus. Einmal Spukball. Mal gucken, wie viel das abzieht. Also ist auf jeden Fall schon mal normaleffektiv. Aber bringt nicht so viel, wie man sehen kann. Na? Na komm. Ja. Das wär's gewesen. Mach's gut, Hector. Hector! Hector! Ups, du hast ganz schön Kraft. Ja. Hab ja auch Troja bekämpft. Muss man Kraft haben. Funktioniert... Ne, funktioniert hier nicht. Ich würde gerade sagen, funktioniert das hier eigentlich auch, dass man B drückt und dann auf dem Radweg stehen bleibt. Aber dem ist nicht so gewesen. So, da haben wir den Kumpel. Ja. Dann schnapp ich mir den direkt mal. Hi. Hey, du. Bist du aus Joto? Ähm. Ja, wieso? Ein Pokémon von Hannes. Ein Smogmog. Okay, hallo Smogmog. Guck mal, das ist jetzt Harald. Und der kann dich ganz schön mit seiner Psychogenese auf die Matten schicken. Mach es gut, Kollege. Wisst ihr, so rückwirkend hätte ich wahrscheinlich... Wenn ich mir so die Werte von Psyana und von unserem Flamara angucke... Ähm... Boah, du legst aber los. Ja, das tue ich, weil ich aus Joto komme. Ne, wenn ich mir die Werte von unserem Psyana und unserem Flamara so angucke, wäre es wahrscheinlich klug gewesen... Unser... Tatsächlich einmal einfach zu tauschen, dass unser Psyana zu Flamara wird. Aber das ist jetzt vorbei. Ich habe mir es so ausgedacht, dass genau unser Harald unser erstes Pokémon Psyana wird. Und das gezüchtete Flamara... Ja, ich hätte es andersrum machen sollen. Rückwirkend bedacht. Aber nein, ist auch egal. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Ja, danke. Finde ich auch. Manuel. Mit seinem Magma. Hallo, Manuel Magma. Heutzutage Manuel Magma, früher Manuel Neuer. Hat sich alles geändert. So, einmal Spukball. Und hoffentlich weg damit. Ja, reicht easy. So. Alles gut, Kollege. Und noch ein zweites Magma. Und noch ein zweiter Spukball. So einfach kann es gehen. Magma besiegt. Und wir haben es geschafft. Aber du siehst nicht so cool aus. Ja, ich weiß. Ich kann auch einiges. Ich werde jetzt einmal den guten, die gute Veggie, ist ja ein Weibchen, Entschuldigung, die gute Veggie nach oben holen. Und mal mit ihr ein bisschen weiter kämpfen. Ich meine, wir haben hier zwar auf dem Radweg wahrscheinlich nicht mehr so viele Gegner. Nur noch hier oben sicherlich einige. Nicht mal mehr. Okay. Das war es schon gewesen. Hui. Radweg. Es geht den ganzen Weg nur bergab. Moin, Kollege. Der Radweg fängt hier an. Es geht nur bergab. Darum ist die Fahrt so erfrischend. Dieses Gefühl kann dir kein Schiff oder Zug vermitteln. Ja, aber ich fahre ja nicht runter. Ich fahre ja nach oben. Das ist ja das Problem. Für mich war das anstrengend. So. Hier könnten wir Pokémon suchen. Tue ich aber nicht. Und hier hatte man Fliegen bekommen ehemals. Am Ende des Radwegs ist Fuchsania City. Vielen Dank für diesen wirklich sinnlosen Hinweis. Wenn man gerade aus Fuchsania City kommt, ist das echt dämlich. Na gut. Also die Idee war schön, Veggie jetzt vorne zu haben. Aber die Umsetzung ist ein bisschen blöd, weil Holger jetzt nach vorne kommt. Weil ich jetzt die Arena direkt an den Anfang verlege, bevor wir uns den Reste der Stadt überhaupt angucken. Genau, direkt hier nach unten. Dann haben wir heute zwei Arena-Kämpfe sogar. Das gefällt mir. So. Hey, die Arena ist toll. Sie ist nur für Mädchen. Pokémon Arena von Prismania City. Leitung Erika. Die Prinzessin mit Herz für die Natur. Na dann wollen wir doch mal. Na, ihr beiden? Wir zeigen dir Pokémon-Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Gut, dann mach dir das mal. Ich hab damit keine Probleme. Dann haben wir hier Leia und Ida. Sarzenia und wahrscheinlich auch noch ein Giflor. Genau. So, einmal Flammenwurf bitte. Schön das Sarzenia abfackeln. Das ist das zweite Sarzenia. Holger bekämpft bisher nur Sarzenias mit Feuerattacken. Auch interessant. So, mach dich weg. Komm, hol das Giflor raus. Ja. War doch logisch, dass das Giflor hier kommt. So, Giflor auch weg. Und damit wäre das erledigt. So, mach's gut, Giflor. Vielen Dank für den Kampf. Das waren gute Erfahrungspunkte. Gegen vollentwickelte Pokémon kämpfe ich sehr gerne. Oh, wir haben verloren. Ja, das habt ihr. Pech gehabt. So, hier haben wir noch zwei. Halt, wir haben nur Mädchenzutritt. Ja, aber wie soll man dann als Kerl diesen Orden hier kriegen, wenn man alle Orden braucht? Dann müsste er rauskommen. Stephanie. Meine Güte, was meine Schwester hier schon wieder für Zeug macht. Zäh, zäh, zäh. Und dann meckmotzt die mich noch an. So kenne ich meine Schwester gar nicht. Das finde ich nicht nett von ihr. Wirklich. So, Popolo weg. Was hat sie denn dann noch so? Ja, ein paar Punga, das dachte ich mir. So. Auch direkt eine Rückkehr weg. Holger ist halt vom Angriff her so stark, dass es, glaube ich, keinen großen Unterschied macht, ob wir die sehr effektive Attacke oder Rückkehr benutzen. Das ist halt schon krass. Und noch ein Hopsbross. Ach, wie putzig. Wie putzig. So, reicht hier sogar bis? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, easy. Guck mal, weg damit. So, Stefanie auch besiegt. Ach, nee. Ach, doch. Andere Seite auch gleich noch mitmachen. Oh, ein Kampf? Das macht mir ein bisschen Angst, aber von mir aus. Ja, wenn du Angst hast, zu kämpfen, dann solltest du dich hier nicht in der Pokémon-Arena abstellen, Nicole. Kokowai. Okay. Level 37, also das lässt sich... Das kann sich hier echt schon sehen lassen. Also, Prismania City ist eindeutig wesentlich stärker als Fuchsania City. Ich frage mich halt wirklich, wieso. Und ich frage mich, in welcher Reihenfolge man die Arena-Leiter in Kanto eigentlich besiegen sollte. Weil das weiß ich nicht. Ach, das war's? Ja, das war's schon. So schnell kann's gehen. Und Nummer 4. Hast du die Blumen betrachtet, oder mich? Eigentlich hab ich auf Erika geguckt, weil ich den Orden haben will. Wenn ich ehrlich bin. Gute Corinna, aber... Gut, wenn du so ich-bezogen bist, dass du denkst, dass sich alles um dich dreht, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Habe ich kein Problem mit, ich besiege dich trotzdem. So, mach's gut, Paras. Ja, was haben wir noch? Ein Owei. Owei. Owei, owei, owei. So. Hier, einmal Rührei machen. Naja, nee. Ich hoffe, die sind gekocht. Wenn Holger die jetzt verspachtelt, aber zur Not, das ist ein Flammara, das kocht sich noch im Bauch. Mit ziemlicher Sicherheit. Und als letztes noch ein Parasek, das hab ich erwartet. Dann kommt da doch mal ein Flammenwurf um die Ecke. Mit vierfacher Typ-Schwäche von Parasek. Sollte das nicht so lustig für's sein. Mach's gut, Kollege. Das wär's gewesen. Ja. Corinna besiegt. Wie ärgerlich. Ja, passiert. Hallo, Erika. Hallo. Schönes Wetter, nicht? Einfach herrlich. Ich könnte gleich einschlafen. Ich heiße Erika. Ich bin die Arena-Leiterin von Prismania City. Wirklich? Den ganzen Weg von Yoto? Wie nett. Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass du gegen mich kämpfen willst. Nun gut, ich werde jedenfalls nicht verlieren. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass du verlieren wirst. Schon, schon ziemlich, ja. Da kommt als erstes Tangela. Ja, guck mal, das ist doch das Level, was ich haben will, wenn ich in der Arena kämpfe. Oh, das war die falsche Attacke. Aber sie trifft wenigstens. Auch wenn sie nicht sehr effektiv ist und wahrscheinlich nicht viel Damage machen wird. Aber sie trifft wenigstens. Und für eine nicht sehr effektive Attacke? Respekt. Also, ganz ehrlich. Auch wenn Holger jetzt ein Schlafbude abkriegt. Ey, mach einen Hyperheiler. So. Rankenhieb. Ja, mach du nur Rankenhieb. Ich glaube, auf die sechs KP kann ich verzichten. Die brauche ich nicht so unbedingt. So, Hauptsache, Tangela weg. Auch wenn es hätte schneller gehen können, wenn ich nicht so doof gewesen wäre. Blue Bella als nächstes. So. Einmal bitte abfackeln. Sind es nur noch sieben Level Unterschied? Hm. Ja, okay. Reicht trotzdem. Sehr, sehr gut. 54 für Holger. Ist auch sehr, sehr gut. Sazenia. Einmal wieder ein Sazenia. Das sieht doch gut aus. Das macht Holger sicher mit größtem Vergnügen weg. So eingespielt, wie es darauf ist, diese Pflanzendinger hier abzufackeln. Ich freue mich immer noch sehr darüber, dass wir unser Team jetzt endlich komplett ausgemaxt haben. Vor den Entwicklungsstufen her. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ein Papunga als letztes. Okay. Ich habe mich schon gefragt, ob sie jetzt noch einen Giflor hat. Aber sie hat ja schon ein Blue Bella. Ein Papunga ist es. So, so. Na gut. Äh, da ist es auch schon weg. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Pusteblume abgefackelt. Einfach ein Feuerzeug oder so an die Flugdinger dran gehalten, sodass sie dann so schön in Rauch aufgeht. Und da wäre es das schon gewesen. Oh, ich gebe mich geschlagen. Du bist außergewöhnlich stark. Ich gebe dir den Farborden. Vielen Dank. Oliver erhält den Farborden. Das war ein herrlicher Kampf. Das spornst du neuen Taten an. Nimm bitte auch diese TM an. Es ist Gigasauger. Es ist eine schöne Attacke. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird zur Heilung deines Pokémon verwendet. Verwende sie, wann immer du möchtest. Werde ich tun. Vielen Dank. Eine Niederlage ist nicht sehr angenehm, aber es ist ein Ansporn dazu, sich mehr anzustrengen, wenn man weiß, dass es starke Trainer gibt. Ja, das glaube ich auch. Nur gut, dass wir nicht verlieren. So, Freunde. Dann haben wir in der heutigen Folge tatsächlich zwei Arena-Orden bekommen. Den Seelen-Orden und den Farborden. Und sind damit jetzt auch fast komplett durch mit dem, was man machen kann, bevor man das Kraftwerk wieder hergestellt hat. Jetzt müssen wir nur noch Prismania zu Ende erkunden und dann wäre es das tatsächlich schon gewesen. So, mal gucken, wie viel wir in der heutigen Folge noch schaffen. Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Übermessen nur zuzusehen bringt mich schon zu platzen. Okay, hier. Hi, wir halten ja dein Wettessen ab. Wir können dich im Moment leider nicht bedienen. Na gut. Dann wird es immer weiter. Na, schub Chef vor. Ich spreche mir nicht an. Du stößt meine Konzentration. Quantität ist mir wichtiger als Qualität. Ich bin das Glückwünsche, ich platze. Das Essen hier ist gut, aber du kannst erst die sieben Tage die besten Speisen der Welt. Okay. Okay, natürlich. Wettessen. Essen bis zum Umfallen. Kein Zeitlimit. Der größte Viehfras bekommt alles umsonst. Okay. Okay, okay. Gut, gut. Wen haben wir hier? Ich habe schon wieder bei dem Spielautomaten verloren. Wir Mädchen spielen auch an den Automaten. Versuch es doch mal selbst. Ja, warum sollten Mädels nicht an Spielautomaten spielen dürfen? Na gut. So, Tipps für Trainer. Der Mega-Block schützt Pokémon vor Spezialattacken wie zum Beispiel Feuer und Wasser. Hol dir deine Items im Einkaufszentrum von Prismania City. Blöde Werbung, ey. Hier schon wieder Spam an den Schildern. Prismania City. Die Stadt der regenbogenen Träume. Moin. Ich wollte Pantimos haben, aber mir fehlen 100 Münzen. Ja, dann kauf sie dir doch. Oh, ich muss ruhig Blut bewahren. Wenn ich nur nervös werde, dann könnte ich mein ganzes Geld verlieren. Was gibt es hier so zu kaufen? Willkommen. Wir tauschen Münzen gegen fabelhafte Preise ein. TMs. TMs, okay. 52 Münzen haben wir noch aus Ducatia. Schön, dass die Münzen auch hier was wert sind. Pantimos. Ein Porygon und ein neues Evoli. Für 6600 Münzen. Anstatt dass man sich einfach eins züchtet. Aber gut. Der Spielplatz für Jedermann. Spielhalle von Prismania. Die Spielautomaten sind alle hochmodern. Ja. An diesem Automaten will ich spielen. An dem habe ich gestern Haushof verloren. Das will ich heute wieder haben. Aha, okay. Ich verstehe. Hey, ein Chapin Spieh. Spielst du auch an den Automaten? Ich möchte genug Münzen sammeln für ein prämiertes Pokémon. Aber ich habe da nicht genug Münzen. Ja, kein Problem. Dann sammle es halt weiter. Ich glaube, an diesen Automaten werde ich gewinnen. Die Gewinnchancen sind bei jedem Automaten anders. Ja, das ist das Problem. Deswegen. Ich spiele auch nicht gern Casino. Nur hier im Pokémon. Die Chancen, eine Pikachu-Reihe zu bekommen, stehen gut. Aber was nun? Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich halt nicht aus damit. So, können wir hier... Hey, hinter dem Poster? Da ist nichts. Schönes kleines Easter Egg. Hey, und hinter dem Poster? Da ist auch nichts. Ja, wenn ihr euch noch erinnert, in der ersten Generation gehört Team Rocket diese Spielhalle und hinter dem Poster konnte man einen Weg in deren Geheimversteck öffnen. Aber das ist hier wohl ein bisschen hinfällig. Der Schalter ist entfernt. Wahrscheinlich wurde das Geheimversteck mit Zement ausgegossen. Reden wir doch einfach mal mit Opa hier hinten. Gleich nachdem wir gegen einen Slimer gekämpft haben. Hallo, Slimer. Ist mir nichts Neues, dass ihr hier in dem Teich drin seid. Absolut nichts Neues. Mach's gut, Kollege. Hier sind vor kurzem Slimers aufgetaucht. Siehst du den Teich da vorn? Vor dem Haus? Dort leben jetzt Slimers. Wo kommen die her? Das ist ein echtes Problem. Ja, keine Ahnung, wo die herkommen. Ich kann's dir nicht sagen, Opa. Aber ich kann dir wahrscheinlich auch nicht verscheuchen. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie's gehen soll. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich beim Laufen auf den Boden gucke. Warum guckt man beim Laufen auf den Boden? Man guckt doch... Ja, schon so ein bisschen auf den Boden, aber halt nicht direkt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Das Einkaufszentrum in Prismania City bietet die größte und beste Auswahl an Artikeln. Was du da nicht findest, wirst du nirgends finden. Herrje, ich klinge wie ein Vertreter. Ja, ich glaub auch, du kriegst wahrscheinlich Provisionen für alles, was dir im Kaufhaus verkauft wird. Na gut, ähm... Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist so groß. Ich hab Angst, mich zu verlaufen. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Ducatia City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Ah, ja. Hallo, willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Die Übersicht ist an der Wand. Ah, ich guck mir die Übersicht nicht an. Ich will eh nur mit den Leuten hier drin reden. Mein Papa hat sich sehr schwer getan, die Bezeichnung aller Items zu lernen und zu unterscheiden, wann man sie einsetzt. Na ja, ja, ich weiß, dein Papa ist ein bisschen schwer vom Begriff. So. Hallo, du bist ja schwer vom Begriff. Ich bin erst vor kurzem Trainer geworden. Mein Sohn hat mir viel dazu geraten. Dieses riesige Angebot an nützlichen Items ist überwältigend. Mhm, okay. Also nicht schwer vom Begriff, nur noch nicht eingeübt. Ich verstehe. Im TM-Laden erhält man selten Attacken. Mhm. Ja, endlich habe ich meinen Porygon. Ich bin nicht sehr gut in diesem Spielautomaten, deswegen habe ich nie gelügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Oh, oh, ich habe Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrade wegzunehmen. Tja. Passiert. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Pokémon diese TM erhalten soll. Ja, das kann ich dir leider auch nicht abnehmen, die Entscheidung. Kannst du mir bitte aus dem Weg gehen? Junge. Weißt du, dann halt nicht. Dann halt nicht, ganz ehrlich. Dann gehe ich halt da später noch lang. Da gab es wahrscheinlich eh nichts. Ja, wer bist du? Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Okay. Hey, ich möchte hier einen Surfbrief von meiner Freundin schicken. Entschuldigung, dann gehe ich weg. Dann schreib du mal deinen Surfbrief. Ich möchte Haltems kaufen, mit denen der Status meines Pokémon verbessert wird, aber ich habe nicht genug Geld. Ja, die Dinger sind teuer. Das stimmt. Moin. Ich möchte Api Plus kaufen, damit die Api mal in der Attacke steigen, aber das kann man nicht kaufen. Ja, das stimmt auch leider. Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Ja, wahrscheinlich die bitteren, die es bei den Kräuterläden gibt. Nicht, aber die sind halt gut. Was ist denn los hier heute? Oh, hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Hm? Ein Spielartomat mit einem Roulette. Die gibt es schon lange nicht mehr. Okay, also gibt es die anscheinend nur in Ducatia, wenn man darauf Bock hat. Vielleicht geht es nochmal auf die drei, damit wir hinter den Typen, der uns gerade ausgesperrt hat, nochmal schauen können, ob es da jemanden gibt. Ob das ist die falsche Etage. Toll. Hurra. So, jetzt glaube ich, hier dauert es noch mal lang. Nein, hier gibt es tatsächlich niemanden. Gut, dann wissen wir das jetzt aber auch. So, Freunde, ich würde sagen, das war es dann für die heutige Folge. In der nächsten erkunden wir Prismania City noch weiter. So viel haben wir hier gar nicht mehr zu tun. Und dann geht es nach Orania City. Ich zeige es euch heute mal nicht auf der Karte, ausnahmsweise heute bin ich faul. Genau, nach Orania City und durch den Diktatunnel, den wir vor, ich glaube, zwei Folgen waren es, frei gemacht haben, indem wir Relapse gefangen haben. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!